und die nächste folge beginnt wie so oft mit regenwetter das machen wir gleich mal wieder anders so und ich laufe jetzt einfach mal hier durch diese steppe wo es offenbar sowieso nichts gibt um mal zu gucken ob es nicht doch was gibt ein hühnchen geil so da hinten ist ein kleines pilzbi oh gott da ist ein kleines pilzbiom und mir ist da gerade frage nicht nach sonnenschein irgendwas im hals stecken geblieben das war glaube ich noch irgendwas vom mittagessen da kann man einfach mal gar kein ton mehr raus und es hat bloß noch gekratzt was haben wir denn da wüste und mehr nein wie selten oh ich sehe lava 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 mr lava lava mr lava lava gott jetzt habe ich gerade so einen tiefen ton erzeugt dass mein kopfhörer dabei vibriert hat das war gerade extremst unangenehm so ich laufe einfach mal weiter ich habe ja nichts zu verlieren ich habe ja die zombies ausgeschalten wie schön das einfach mal ist wenn dich absolut gar nichts nervt was packt denn der himmel hier so kacke rum sagen war das nicht gerade schon mal dunkler wurde plötzlich wieder heller ja sehr sehr merkwürdig da muss irgendwo ein kurzschluss sein na gut guten tag ihr kühe eine kuh macht muh und viele kühe machen mühe was haben wir denn da was packt denn der himmel so rum das bringt immer wieder auf seine ausgangsposition okay das muss ich mal ganz kurz fixen moment so da bin ich wieder ich glaube das problem ist immer noch da naja egal wir nehmen es einfach mal so zur kenntnis kann auch sein dass jetzt durch das viele laden resultiert aber ist egal notfalls notfalls machen wir jetzt mal den hier weil ich will sowieso nicht so gerne wieder nacht spielen notfalls machen wir einfach mal in time set null und zack time aha das hat aber lange gedauert wohohohohohoh entschuldigung weh weh na ich wollte schon laufen war aber unten noch im chatfenster drin weh 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 www.www.we weh was was laber ich denn hier was ist denn das für ein kack biom hier sieht ja fast aus wie mein startpunkt bloß irgendwie verfranst diesen üsten bäumen da hinten und bergen was ist das denn hier so ein halbes pilz biom aber irgendwie fehlen mir die pilzkühe wow naja ich würde einfach mal sagen ich schlag mich mal hier durch das ist auch so was hier eh da mal die texturen verschwinden hallo du pissnelke jetzt ist aber schluss hatten wir doch schon mal das problem oder das ist unglaublich das gibt es nicht ok ok stopp na schön ich habe die kurze unterbrechung mal für eine kleine raucherpause genutzt ich habe das problem nicht wirklich fixen können wo offenbar hat der rechner einfach nur gerade einen ziemlichen hatsch mich ok so wir laufen jetzt einfach mal hier durch tolerieren das ruckeln oder ignorieren es je nachdem wie man will und ich schlage mich ich würde gerade sagen ich schlafe mich einfach mal ich schlafe mich mal hier durch ne ne ich schlage mal ja durchschlafen das wärs mal wieder ne oh gott entschuldigung bin ich völlig raus so hier ist also das strand stranded deep ne ne ich schlage mich einfach mal hier durch und guck mal was hier dahin ist wollte ich sagen aber das thema hat sich ja somit schon gerade erledigt weil ocean of memories mehr ist da nicht äh tschuldigung das musste sein ähm eigentlich müsste ich auch mal kurz eben was trinken aber es kann auch sein dass ich das jetzt einfach mal unterlasse äh ja ich hatte echt gedacht dass hier hinten noch irgendwas spektakuläres ist jetzt kommt stattdessen wieder nur sand 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 das kennen wir ja alles noch nicht und naja sand und mehr und mehr und sand und noch mehr sand hat okay doch was trinken äh okay ich kann da jetzt einfach mal kurz hier hoch kann da hinten ist jetzt noch mehr schwarz eichenwald als bisher ohnehin schon. Noch mehr Wüste. Zuckerrohr! Zuckerrohr! Das kristallisiert da richtig heraus aus diesem ganzen Sand und den ganzen Bäumen. Alter Schwede. Aber es ist echt mal so. Hier ist ja sonst nix. Hier ist ja nix. Hier ist ja nur Sand. Schwarzeichenwald. Und noch mehr Sand. Boah, ich hab echt gedacht, ich find hier mal was Spektakuläres. Äh, äh. Ich meine, ich laufe jetzt hier noch mal durch. Ich geh mal gucken, ob da hinten noch irgendwas ist. Eine Pyramide wär mal geil. Weißt du, eine Pyramide. Na? Mit Wolle und Kisten und ganz viel Dynamit. Peng! Ein paar Hühnchen haben wir hier am Start. Ja, ein paar Pilze. Ich bin schon am überlegen, ob ich den Pilz einfach mal mit wegkrotze hier. Das wäre ein schönes Baumaterial für mich. Ich weiß gerade gar nicht, was das überhaupt für Material ist. Ähm, was? Hab ich das aufgesammelt? Nö. Hä? Okay, ist das jetzt überall so, oder? Wow. Wow, irre. Hat das aufgenommen. Tatsächlich. Aber das Pilzzeug hier, das spawnt nicht. Oder es will einfach nur nicht. Oder das Spiel verarscht uns wieder. Wäre ja nichts Neues. Aua. Wie spät das hier alles ankommt, ist nicht normal. Was ist denn das? Eine Rose. Mitten am Strand. Ist klar. Okay. Nicht aufregen. Alles wird gut. Irgendwann wird alles gut. Also hier hinten ist echt gar nichts mehr. Ich glaube, ich möchte sterben. Das bohren ich nämlich in meinem schönen, kuscheligen Bett zu Hause. Meiner Farm. Hier ist einfach mal gar nichts. Wasser, Sand. Und Bäume. Es muss dann auch irgendwelche spektakulären Biome geben. Schluchten, Täler, Berge, Gebirge. Boah. Und lauter sichs Zeug. Aber nee, hier ist ja nichts. Ein Kürbis. Und lasst's. Ich bitte auch mal. Vielen Dank.